Auf zum sechsten Teil des Super Mario 64 Let's Plays und wir widmen uns erneut der Schneewelt. Mit der zweiten Mission Finde das Pinguin Baby. Und es gibt doch nichts, was wir an einem Tag wie heute lieber machen wollen, als ein Pinguin Baby zu finden. Und zack, da ist es schon. Wir greifen es einfach mal. Und dann bewegen wir uns mit diesem Pinguin Baby einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Und wichtig dabei ist es natürlich, dass wir es nicht verlieren. Denn das Pinguin Baby sucht nämlich nach seiner Mama. Das hat es uns zwar nicht wirklich mitgeteilt, aber ich weiß es trotzdem. So, jetzt rutschen wir hier ein bisschen lang. Und jetzt hüpfen wir mal, damit wir nicht hier komplett runterfliegen. Und da ist eine Hängebrücke. Nur wird diese Hängebrücke von zwei Schneemännern behüpft. Und ja, denen es sich auszuweichen lohnt. Denn sollten sie uns bespringen, dann verlieren wir das Pinguin Baby. Und das wollen wir ja nicht. So, oh, der dreht sich. Okay, dann folgen wir dem Ganzen mal. Und warten, bis er da vorne wieder Kehrt machen muss. Er muss natürlich nicht Kehrt machen. Also ich zwinge ihn nicht dazu, aber ich vermute, er wird es tun. Und, ah, geschafft! Meine Güte, das läuft ja wieder mal wie am Schnürchen. So, jetzt laufen wir weiter mit unserem Pinguin Baby. Und rutschen jetzt garantiert wieder. Jupp, da wird gerutscht. Und da ist so ein Blumenflatter-Ding. Das wollen wir jetzt lieber nicht von Näherin betrachten. Hört ihr? Hört mal, da ist die Mama. Ja, hallo, guck nur, was ich hier habe. Was ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Gar nicht, denn ich habe bereits das, äh, Jugendamt informiert. Du hast deine Aufsichtsflecht verletzt, du dummer Pinguin. Oh, ich weiß, ich fand neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Ja, das mache ich doch sehr gerne. Denn ich bin eine Stern-Hure. Ich mache fast alles auf diese beiden Sterne. So, here we go. Das war somit der, äh, sechste Teil des Super Mario 64 Let's Plays. Bis zum nächsten Teil. Auf Wiedersehen.